Hallo, ich bin Lee und ich freue mich, dass du mit dabei bist in der Lee Bubble. Heute lesen wir eine Geschichte eines meiner Lieblingsautoren, nämlich Heinrich Seidel. Es geht um die Geschichte eines Tales, das Kommen und Gehen der Menschen, der Generationen und das Fortbestehen der Natur. Ich bin gespannt, ob einer von euch das Tal erkennt, um das es heute geht. Wenn ja, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Die Geschichte eines Tales Seit vielen Tausenden von Jahren floss der Bach schon durch das Tal. Sein Rauschen und Rieseln war ohne Ende. Ob er nun im Frühling, wenn der Schnee in den Bergen schmolz, mit trüber Flut und mit stärkerem Brausen einhertobte. Ob er im Sommer grünlich und glasklar zwischen bemusten Felsblöcken plätscherte. Ob er im Herbste die Fülle der gelben Blätter mit sich führte und in seinen stillen Buchten anhäufte. Oder ob er im Winter fast schwärzlich und dampfend durch Eis und Schnee dahin ging. So war's einst, so ist es heute und so wird es sein. So lange über ihn hinweg die Wolken ziehen und die Gipfel in Dunst hüllen. So lange der Tau fällt und in den feuchten Wiesen die Nebel braun. Es war vor langer Zeit, da hatte diesen Bach noch keines Menschen Auge erblickt, dieweil es keine gab im weiten Umkreis. Und das Tal war erfüllt mit einem mächtigen Urwalde, der, aus sich selbst hervorgewachsen, in sich selbst auch wieder verging. Keine anderen Töne kannte es als den Donner des Himmels. Das Sausen des Windes in den Wipfeln, das Rauschen der Gewässer, das Brüllen und den Schrei der wilden Tiere, den Gesang der Vögel und das Summen der wilden Been. In den Höhlen der Felsen und der uralten Eichbäume wohnten der Bär, der Luchs und die wilde Katze. Und an den Bach kamen zur Tränke stolze Hirsche und zierliche Rehe. Der Dachs hatte einen ausgetretenen Steig von seiner Höhle bis ans Wasser. Und der listige Fuchs schnürte dort gerne entlang, um bei der Tränke ein leckeres Vögelchen zu erhaschen. Oder eine jener rotgetüpfelten Forellen, die den Klarenbach in Mengen erfüllten. Die Bäume in diesem Tale wuchsen, wie sie nur wollten, und wurden uralt, bis sie endlich von den Larven der Käfer und anderer Insekten vielfach durchbohrt und überall angehämmert von fleißigen Spechten abstarben und mit weißgebleichten Ästen dastanden. Dann kam ein Sturmwind, der sie unter gewaltigem Krachen zu Boden schmetterte. Und alsbald wuchs üppig aus den vermodernden Trümmern neues Leben hervor. Zuweilen stürzte ein solcher Riese in das Bachbett, so dass sich die Gewässer schäumend Bahn brechen mussten durch verworrenes Geäste. Es kam dann wieder ein mächtiger Wolkenbruch, der den Bach hoch anschwellen ließ, so dass er die Hindernisse beiseite warf und die Trümmer bergabwärts führte. Nun geschah's einst an einem stillen Sommerabend, da weiter nichts vernehmlich war als das endlose Rieseln der Gewässer und der Gesang der Rotkehlchen und Amseln, welcher der letzte rote Abendschein noch wach hielt, dass ein stattlicher Rehbock aus dem Walde vorsichtig auf eine begraste Waldblöße trat. Und dann, nachdem er nach allen Seiten gesichert hatte, an den Bach zur Tränke ging. Als er dort zum Wasser sich niederbeugte, ertönte plötzlich ein durchdringender Warnruf einer aufmerksamen Amsel, wodurch sie ein Raubtier oder sonst etwas, das ihr gefährlich scheint, ankündigt. Auf diese wohlbekannten Töne hin richtete der Rehbock sich hoch empor und wollte sich eben zur Flucht wenden, als ein seltsames Schwirren durch die Luft ging. Worauf das Tier einen plötzlichen Satz machte, dann unter mehrfachem Schrecken in die Knie brach und nach einigen vergeblichen Versuchen wieder hochzukommen, von über sank und mit dem Kopf im fließenden Wasser regungslos liegen blieb. Da ertönte hinter dem bergenden Buschwerk ein jauchzender Schrei hervor. Und es trat ein Mensch, der erste Mensch, der je in diese Gegend gedrungen, eine neue Art von Raubtier, welche gefährlicher war als alle anderen zusammengenommen, aus dem Gebüsch hervor. Er war notdürftig in Felle gekleidet, rot gebrannt von Luft und Sonne, und trug als Waffen, Bogen und Pfeile, ein Speer und ein Steinbeil. Zunächst betrachtete er wohlgefällig seinen Pfeil, der dem Rehbocke gerade auf dem Blatt saß und tief eingedrungen war. Dann zog er aus seiner Tasche von Biberfell ein Feuersteinmesser hervor, brach seine Beute auf, streifte er zum Teil das Fell ab und löste eine der stattlichen Keulen heraus. Nun trug er von dem reichlich überall verstreuten, dürren Holz zusammen, davon er drei passliche Stücke sorgsam aussuchte. Zwei davon stieß er tief in den Boden und machte dann mit seinem Messer zwei sich gegenüberliegende Vertiefungen in die hervorstehenden Enden. Dann schlange die Sehne seines Bogens um das dritte, beiderseitig zugespitzte Holz und klemmte es mit den Enden in die Vertiefungen der aufrechten Äste, also, dass die Figur eines Rechteckes entstand, dessen Seitenteile mit starker Federkraft auf den waagrechten Stab drückten. Diesen nun versetzte er vermittels der umschlungenen Bogensehne, indem er mit dem Bogen selbst heftig hin- und herfiedelte, in eine schnelle, wechselnde Drehung, wodurch wegen der starken Reibung an den Auflagepunkten alsbald eine solche Hitze erzeugt wurde, dass ein leichter Rauch aufstieg und nach einer Weile einzelne Funken hervorsprühten. Solche fing er mit einem breit gehaltenen Stücke verwitterten Weidenholzes auf, welches alsbald sich entzündete und anfing zu glimmen. Dann hüllte er es in feines, trockenes Gras, das er bald durch eifriges Blasen in den schweelenden Zunder hell aufflamm machte. Und nun häufte er neues Gras darauf, dann feine, dürre Zweiglein, dann größere Äste und endlich flammte in der schweigenden Wildnis das erste Feuer empor und sandte eine schnurgerade Rauchsäule in die stille Abendluft. Der Mann hieb so dann mit seinem Steinbeil von einem benachbarten Haselbusch zwei gäbelige Äste zu und einen glatten Schössling, der ihm zum Bratspieß dienen sollte. Daran steckte er seine Rehkeule, legte ihn über die Gabeln der in die Erde gebohrten Stangen und briet nun sein Abendessen, indem er mit sichtlicher Gier auf das Ende wartete. Als er mit dem Hunger eines Raubtieres den größten Teil des noch halb rohen Fleisches verzehrt und seinen Durst aus dem nahen Bache gelöscht hatte, schleppte er noch mehr Holz zusammen, wälzte auch einen mächtigen Block zum Feuer, der voraussichtlich die ganze Nacht ausdauerte, und streckte sich dann zwischen der Glut und einem benachbarten Felsblock zum Schlafe nieder, unbekümmert um das Gebrüll der wilden Tiere, denn er wusste wohl, dass sie das Feuer scheuten. So hielt der erste Mensch, welcher diese einsame Wildnis betrat, seine Nachtruhe, indes die Gewässer des Baches laute durch die Stille rauschten, das Feuer knisternd weiter brannte, die funkelnden Sterne schweigend am Himmel dahin wandelten, die Eulen mit schaurigem Schrei über ihn hinwegflogen. Zuweilen waren im Walde leise schleichende Schritte vernehmlich, und zwei glimmende Augensterne, in welchen der Widerschein des Feuers lag, stierten aus der schwarzen Finsternis eine Weile auf das unbekannte Neue und tauchten dann wieder in das geheimnisvolle Dunkel zurück. Von dieser Zeit an kamen häufig derlei Gesellen in das Tal, um dort zu jagen. Und dann halten die Berge wieder vom Geschrei der Jäger, dem Bellen ihrer Hunde und dem dumpfen Blasen der Stierhörner. Es war ein starkes, wildes Geschlecht, das den Bären in seiner Höhle aufsuchte und den gereizten, wilden Eber auf vorgehaltene Spieße aufrennen ließ. Eine blutgierige Art, nur trachtend nach Fleisch und dem süßen, fetten Mark, der Knochen. Als nun des Jagens genug und das Wild selten geworden war in der Gegend, da verschwanden sie wieder, um bessere Jagdgründe aufzusuchen. Und für lange Zeit kehrte die alte Einsamkeit in das Tal zurück. Dann kam es wieder, dass eines Morgens ein stattlicher Hirsch, der auf einer saftigen Waldwiese behäglich äßte, plötzlich den Kopf mit dem mächtigen Geweih hoch emporhob und lauschend in die Ferne horchte. Das war nicht das Pochen des Schwarzspechtes, das dort so taktmäßig klopfte. Solche Töne hatte sein aufmerksames Ohr noch niemals vernommen. So stand er eine Weile. Doch als das neue Geräusch sich immer gleich blieb und in der gleichen Ferne auch, senkte er gleichmütig den Kopf zu dem fetten Grase wieder hinab. Es war aber das Pochen stählerner Äxte, welches das Tier vernommen hatte. Und diese Töne verschwanden nun nicht mehr aus der Gegend, sondern rückten von Jahr zu Jahr näher und an den stillen Abenden konnte man an jenen Orten eine Reihe von Rauchsäulen zählen, welche in die unbewegte Luft emporstiegen. Dann kam eines Tages ein kräftiger Mann das Tal hinaufgewandert. Der war in gewebte Gewänder gekleidet und stützte sich auf einen Spieß mit blanker, stählerner Spitze. Dieser Mann durchstreifte die Gegend um den Bach herum nach allen Richtungen, betrachtete sich die Wiesen und die Waldung, grub mit seinem Spieß von der Erde aus und prüfte diese, indem er wohlgefällig dazu nickte und dann wieder talabwärts verschwand. Nach einiger Zeit vernahm die Wildnis wieder neue Töne. Das Schnaufen von Pferden, das Kreischen mangelhaft geschmierter Wagenräder und das Gebrüll von Kühen. Denn das Tal herauf zog eine kleine Karawane, geleitet von jenem Manne, der gefolgt war von einer stattlichen Frau und sechs Kindern, von welchen zwei Söhne und eine Tochter bereits erwachsen waren. Auf einer anmutigen Grasblöße an dem Ufer des Baches machte die Gesellschaft Halt. Es ward mit Stahl und Stein und Zunder ein Feuer angemacht und eine Mahlzeit bereitet. Zur Nacht schliefen sie in den mit Leinwandplänen überspannten Wagen. Am anderen Tage nun begann auch hier das unablässige Pochen der Äxte. Der Boden bedeckte sich mit gelblichen Holzsplittern und die Luft war erfüllt mit dem frischen Harzgeruch gefällter Edeltann. In geschützter Lage entstand ein Blockhaus, dessen Fugen mit Moos und Lehm gedichtet und dessen Dach mit frisch gespaltenen Schindeln eingedeckt wurde. Und zur Seite türmten sich mächtige Stapel von Brennholz für den Winter auf. Als nun durch die unablässige Arbeit schweliger Hände eine genügende Strecke des Landes geklärt worden war und die vom Sommersonnenschein gedörrten Abfälle der Zweige und Äste einen schweren balsamischen Duft verbreiteten, da kam ein hoher Festtag für die Kinder. Denn eines Tages, da gerade der Wind eine günstige Richtung hatte, wurde dieser ganz ungeheure Scheiterhaufen von trockenem Reisig angezündet, um sich so auf eine bequeme Art dieser hinderlichen Gegenstände zu entledigen. Zwischen den schwarzgebrannten Stumpfen der gefällten Bäume, von denen man nur die kleineren auch ausgerodet hatte, wird dann mit Pflug und Spaten so gut es ging die Erde gelockert und die erste Wintersaat in den jungfräulichen Boden eingebracht. Und so kam allmählich der Herbst heran. Die Spitzen des jungen Kornes sahen bereits aus der schwarzen Erde hervor. Auf den Waldwiesen standen mächtige Schober, köstlichen Gebirgshäus zum Wintervorrat für das Vieh, im Rauchfange hingen die Keulen und Rücken von wilden Schweinen, Bären und feisten Hirschen und im Eichwald schwelgten die wenigen mitgebrachten Schweine in unermesslichen Eicheln, um Kraft und Stärke zu gewinnen für eine gedeihliche Nachzucht im nächsten Jahre. So sahen die ersten Ansiedler dieses gesegneten Tales mit Zuversicht dem nahenden Winter und mit gutem Vertrauen der Zukunft entgegen. Das nächste Jahr brachte die erste Ernte, neue Ansiedler und der neu entstehenden Ortschaft einen Namen. Denn da der erste Bebauer den Namen Walter führte, so nannte man nach ihm den Platz Walterode. Und also heißt das Dorf noch bis auf den heutigen Tag. Im Laufe der Zeit verschwand nun der Urwald bis auf einige wenige alte Riesenbäume, welche man zum Wahrzeichen stehen ließ, ganz aus der Ebene des Tales. Und nur von den Bergen und steilen Hängen her schaute er noch finster hin auf den einstigen Schauplatz seiner Größe und alleinigen Herrschaft. Anstatt seiner breitete sich dort ein bunter Teppich verschiedenfarbiger Felder und saftig grüner Wiesen aus. An dem Bache entlang zog sich die Dorfstraße und an dieser lagen saubere Häuser mit hübschem Schnitzwerk verziert, umgeben von Gärten, in welchen Basilikum, Raute, Lavendel, Salbei und andere Würzpflanzen dufteten, in welchen Mohnen und Lilien brennende Liebe und Gelbfeiglein blühten und strotzende Küchengewächse üppig sich ausbreiteten. Hinter den Häusern aber im Grasgarten schimmerten im Frühling silbern und rosig die Obstbäume und standen im Herbst gebeugt von goldenen und blauen Früchten. Am höchsten Punkte des Dorfes streckte nun aus dem Schatten uralter Eichen eine Kirche ihr spitzes Türmlein hervor. Und an den stillen Sommerabenden hörte man statt des rauen Gebrülles der wilden Tiere ein friedliches Läuten des Dengeln von Sensen und das fröhliche Geschrei spielender Kinder. Nur der Bach blieb bei diesem Wechsel der Dinge immer derselbe und rauschte durch Dorf und Wiesen mit demselben Geplätscher dahin wie einst durch durch den unberührten Urwald. Er sah die endlose Kette menschlichen Daseins und sich vorübergleiten und dahin fließen wie seine eigenen Wellen die ewig neu und ewig auch dieselben waren. Er sah die Kinder an seinen Ufern spielen wie sie Kanäle und Mühlen bauten und Krebse und Forellen griffen. Er sah sie heranwachsen und pärchenweise im Mondschein an seinen Ufern wandeln, indem sie sich eng umschlungen hielten und Küsse miteinander austauschten. Er sah die Männer auf die Arbeit ziehen, indes die Frauen in Haus und Garten sich fleißig regten. Er sah an seinem Rande gebrechliche Greise träumend in der Sonne sitzen. Zu deren Füßen neue Kinder die alten Spiele übten. Und so flossen die Wellen und die Jahre unablässig dahin. Dieses friedliche Leben ward nur unterbrochen durch solche Ereignisse, für deren Fernbleiben allsonntäglich auf der Kanzel gebetet wird und denen das Menschengeschlecht doch nie und nimmer entrinnen kann. Es kamen Kriege, es kam eine Feuersbrunst und verzehrte die Häuser des halben Dorfes. Eine Pestilenz, ausgebrütet in den Sümpfen der Länder gegen Sonnenaufgang, wanderte herbei, leerte die Häuser und füllte den Kirchhof. Misswachs und sein scheußliches Kind Hungersnot zehrten an den Gebeinen der Dorfbewohner. Doch alles überwand die unverwüstliche Kraft des Lebens. Und so blüht und gedeiht der freundliche Ort Walterode bis auf den heutigen Tag. Und wie sieht es denn jetzt dort aus? Schon wieder ein wenig anders. Und wieder sind neue, unerhörte Töne bis in die entlegene Einsamkeit dieses Tales gedrungen. Denn von dem Haupttale aus, in welches es mündet, wie sein Bach einläuft in das Flüsschen, das sich dort glänzend durch den Grund windet, schrillt zuweilen herüber, wie der Todesschrein des furchtbaren Riesentieres aus dem Geschlechte der Schweine, der gellende Pfiff, der Lokomotive. Den Bach hat man eingefangen und seine Kraft vor allerlei Mühlen und Fabriken gespannt, wo er mit unwilligem Brausen über die Wehre stürmt, um wimmelnde Räder und Riemen und knirschende Sägen zu treiben. Aus einem schmalen Seitentale ragt sogar der mächtige Schornstein einer Papierfabrik hervor, welcher eifrig bestrebt ist, ganze Wälder zu fressen und sie in schlechtes Papier zu verwandeln. Um die Sommerszeit aber kommen aus Berlin und Leipzig und anderen großen Städten Geheimräte und Kommerzienräte mit gebildeten Gattinnen, ästhetischen Töchtern und klugen Söhnen, um die köstliche Gebirgsluft zu genießen. Und die Väter wandeln würdevoll in der nächsten Umgegend spazieren und führen weise Gespräche über den Stand der orientalischen Frage oder die neuste Anleihe, während die Mütter auf den Bänken sitzend und in der schönen Aussicht schwelgend die große Dienstboten Frage erwägen und wo man den besten und billigsten Kaffee kaufen kann. Die Töchter aber sind meist mit Skizzenbüchern behaftet, mit welchen sie überall in der Gegend herumsitzen. Und es gibt in dem ganzen Dorfe und seiner Umgebung keinen bemusten Felsblock, keine alte Kropfweide, keine Kuh und keinen Schweinestall, der nicht schon in einem solchen Skizzenbuche stände. Die klugen Söhne aber hocken beim Biere, rauchen ein Zigrettlein nach dem anderen und genießen die balsamische Gebirgsluft auf diese Art. So ist es jetzt. Wie es aber in Zukunft sein wird, das weiß niemand. Es gab ja Städte, welche einst glänzend dastanden in der Pracht ihrer Paläste und weit hinaus ihre mächtige Herrschaft ausübten. Doch heute kennt man kaum den Ort in der Wüste, wo sie lagen. Sie sind vergessen und fast ohne Spur verloren. So kann es auch sein, dass die Menschen einmal wieder verschwinden aus diesem Tale und das Dorf in Trümmer sinkt. Dann wird langsam der Wald herabsteigen aus dem Gebirge in seine alten Standplätze und nach Hunderten von Jahren ein neuer Urwald dort seine Wipfel wiegen. Und das Andenken der Menschen, welche dort wohnten, wird hinabgeflossen sein in das große Meer der Vergessenheit. Doch mit demselben Rauschen und Rieseln wie einst und jetzt wird auch dann der Bach zu Tale wandern mit seinen klaren Gewässern, die ewig kommen und ewig gehen und ewig bleiben. Das war die Geschichte eines Tales. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da oder vielleicht sogar eine Mitgliedschaft auf Patreon, um meinen Kanal auch außerhalb von YouTube zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir